ich grüße euch leute und willkommen zurück hier zu unserem let's play von tales of arise leute wir sind hier immer noch im keil unterwegs und ja es gehen hier jetzt in die obere ebene also zumindest laut map wahrscheinlich und ich glaube da geht es dann jetzt ordentlich ab also ich würde sagen schnack mal nicht lange klettern wir mal hier hoch und hadern der dinge die da kommen mögen oha ich habe es mir gedacht ich habe es mir gedacht hier ist der punkt wo unsere hp komplett auf donnern können mittlerweile schon bei 500 hp herrlich aber wir verballern natürlich auch ordentlich ne aber was haben wir denn so viel level marin well ist sogar schon auf 40 lor kurz vor 40 es läuft hier tür hallo ja treffern jetzt hier diese rote frau aber was tut der kern irgendwie kommt mir jetzt alles so vor wie bei der will my cry hier der coole bauer wird schon regel wie wie es ist Ja, an den Füßen sind die Kerne. Los Leute. Schade ausgewichen. Ich muss ja auch, dass er hier Gift-Scheiß und alles, oder? Ja, wie treffe ich das Ding am besten? Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Aber schon die Hälfte weg. Ganz aber. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Schade ausgewichen. Oh scheiße. Gibt's nicht. Okay, Bossbrecher. Lob den ersten haben wir. Das war guuuut. Oh, fall runter. Oder halt doch einfach nicht. Oh, du kannst nicht hoch genug für mich sein. Oh, ich bin schon. Okay. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Das ist verdammt viel los Okay, meiner Ich glaube, den Arm haben wir Okay, jetzt geht es nur um ihnchen Nee, stimmt nicht Kann aber nicht alles auswählen Wie schön weiter mein Propeller machen kann Na, das ging doch flott von der Hand Was ist das? Was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was passiert hier? Oh nein! 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 Ich habe mich auch gehört. Ich auch. Ich weiß nicht, ob ich es so gut sagen kann, aber... Was war das jetzt? Das war Dana der Kraft! Ich habe das... ... das Säge... ... das Kraft! ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber wenn man eine Art von Master-Core oder der Geist-Core hat, das schließt wird, dann wird man ein bisschen schließt. Ich weiß, dass ein Geist-Core an der Geist-Corin war. Ich bin der Geist-Core-Core-Core. Ich habe die Funktion von ZOOGLE, aber ich habe das zu sehr vieles Gefühl, dass ich nicht erneut bin. Aber dann... Warum hat man noch nicht mehr Geist-Core-Core-Core ausgesucht? Da sind die Geist-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core-Core. Ich habe das ganze Geist-Core-Core. Ich weiß nicht, was ich nicht... Das ist das Problem. Das ist das, was ich? Wenn ich mich überraschere, muss ich sagen. Was ist das, was ich? 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 Was ist das, was ich für mich? Oh, sorry. Komm schon, ich bin hier. Ich bin hier wirklich. Ich bin sicher. Ja? Ja? Was ist das, was ich wusste? Ich wusste nicht. Es geht 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 nicht. Was sind sie mit merkwürdig? Wie war denn jetzt der Aufzug? Ach du Scheiße. Ähm. Das war so nicht geplant. Ja. Ja. Ausgewicht. Okay. Der andere. Der andere. Ich bin hier nochmal gegen den Typen. Weil die einfach Schnellreise gemacht haben. Genau. Für den Grind. Ich bin ja so wichtig. Ich bin ja so wichtig. Das war was. Und das ist das ich jetzt. Der andere. Er ist da. Ich habe Wasser drinnen. Wer hier da gespürt? Ja. Der andere. Das war's für heute. jetzt müssen wir hier erstmal gucken bei elfen habe ich ja nichts mehr floor hat seinen angriff hier sehr gut und dann bleibt mir ja bloß weder elementarangriff plus 20 oder natürlich gleich bloß 40 so kann den schnellreise punkt nicht nehmen wo sie echt latschen ok hey nochmal zuerst gucke warum hat das nicht es ist es es ich habe mich hier einfach fallen lassen ich nicht muss ja nicht jeden fight mitnehmen das aus meinem mund das ist Und die wollen jetzt quasi wissen, ob dieser Fluss aufgehört hat. Oh, tue ich mir die an? Muss ich ja, ne? Schnellreise hat nicht funktioniert. Okay. Alles einfach ausmulte, Leute. Und wir haben die schon so hochgepackt. Hier haben wir noch ein bisschen HP. Die Aufnahme ruckelt heute ein bisschen, sehe ich. Ach, oje. Oh, ja. 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 Das war's für heute. können wir hier wirklich noch mal komplett runter das war gut an dem werde ich nicht vorbeikommen so machen wir hier so machen wir hier so machen wir hier Hier ist doch jetzt das Ding hier, oder? Der Eingang! 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 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr als Kind auswählte. Aber ich glaube, dass ich mich für deine Kraft bin. Ich bin ein Freund. Ich glaube, dass ich auch alle anderen Menschen so glaube ich. Und ich glaube, dass ich meine Freunde bin. Du hast auch gesagt, Alphen, aber du bist nicht nur eine Person. Danke, Linwell, Kisara. Sollte... Ich bin bald. Ich bin bald. Ich kann auch nicht mit dem Flugzeug sein. Ja. Ich bin auch. Ich muss nicht sagen, dass die Leute wieder etwas anderes machen. Ich muss nicht wissen, dass die Leute nicht genau sehen. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Aber... Aber... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin疲れた, Früü... Sie ist wahrscheinlich geblieben. Früü! Ja. Ich bin fertig. Sion... Es ist vorbei. Ja... Ich bin wirklich so schwer. Ja... Es ist doch besser... Ich habe auch das gedacht. Aber... Was... Ich hoffe, wir erfahren das mal demnächst. Wir sollen jetzt quasi back to the roots, haben wir ja gesagt, ne? Needs ist noch eine Nebenquest. Ah, dann muss ich noch mal kurz. Oh, Fläger. Was, Gebrüll? Du musst ganz schön beschäftigt sein mit eurer Operation. Oh, du bist ja frühere Lord aus Menantia. Es ist bedauerlich, was Almaidra hier getan hat. Aber es tut mir sehr leid, dass wir nicht mehr tun konnten, um ihren Verrat rechtzeitig zu stoppen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber seit dem ganzen Durcheinander ist es hier sicher einsam geworden. So viel ist klar. Vor allem seit du daheim weg ist und so. Ja, früher als wir noch hier waren, haben wir eine Menge Blödsinn gemacht. Wenn auch immer so etwas los war, war immer vorne dabei. Wenn er noch hier wäre, da wäre er sicher immer noch so immer bereit, irgendwas anzuzetteln. Du hast von Gebrüll gesprochen. Ja, mir wurde vom Krach aus dem Esteluva-Wald berichtet. Du taust so früher ein riesiger Zeugel, aber ich glaube, wir haben ihn bereits ins Jenseits befördert. Wusste ich nicht. Es muss etwas anderes sein, von dem, was hier steht. Denke ich auch nicht, dass der Krawall von nur einem Zeugel ausgeht. Wenn es eine neue Bedrohung im Wald gibt, müssen wir uns kümmern. Aber ich bin mit dem Wiederaufbau von Niets beschäftigt und kann gerade nichts tun. Sollten wir uns damit befassen, während du dich weiter auf die Arbeit konzentrierst. Echt? Ganz sicher? Absolut. Aber dann musst du versprechen, dass du uns danach mit weiteren Geschichten von dir und die Dime aus eurer Jugend versorgst. Ah, das ist alles abgemacht. Ich werde auch dafür sorgen, dass wir dabei ein paar Drinks und Snacks machen. Das klingt gut. Ich bin gespannt, wie euer Schnaps schmeckt. Kann ja jetzt wieder ein Monster sein. Das kann einfach sein. Das kann schwer sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich ein Gasthaus. Hier vielleicht noch ein paar Kräuter, die ich irgendwie noch... Nee, habe ich nicht. Da haben wir schon lange keine Waffen mehr gemacht. Heute kann ich noch ein paar Kräuter beobachten. Komm mal angucken. Kostet auch dementsprechend, ne? Ja. Die kommt schon geil, ne? Ja, aber auch für Profis. So geht's Geld weg, ne? Wow. Die Gießkanne. Wir sind voll im Ackerbau. Jetzt reicht erstmal. Ist ja alles übelst teuer. Gott, wir haben endlich was zum Entwickeln wieder. Höher kritischer Schaden. Immer gut. So, da wollen wir mal wegen dem Monsterchen gucken. Ich bin am überlegen, ob wir uns erstmal um das im Estherwald hier kümmern. Ich würde mal sagen, ja, oder? Weiß nur wo. Direkt da. Wo ist ein Schnellreisepunkt? Nirgends, ne? So ein verdammt weiter Weg, ne? Aber hey. Okay. Und dann ist das Vieh wieder zu stark. Ich sehe schon, komm... Wir waren auch schon lange nicht mehr. So, auf jeden Fall ein ganzes Stück. Ah, ne? Ja, mach den Wackelsackel. Ich glaube dann, dort rechts ist. so die stimmt ja hier auch mal runter ja aber da ist so ein lager mit schnell reisepunkt eigentlich so wir müssen ins ins zweite u g das ist doch wieder diese sprung scheiße von oben runter also müssen wir ins erste und dann das war ganz links runterspringen quasi hier wehe das fies zu stark ein furcht naja machbar dann geht's mal gleich hallo den boss brecher ja bestimmt dohali aber ich glaube es ist zu machen weg oh ich dachte er ist benommen oh 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 sehr gut auf Verstehung bitte manche voll den falschen angreifen aber ist egal ich brauche mal was zum zu Glück hat Chiyon diesen K.O. Schutz oh ne weg ja guck ja 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 Oh Gott! Oh, I was waiting, I was waiting! Oh, oh! Wird der Erste hin. Gion ist down. Ich habe keinen Trakt des Lebens. Ostler. Was ist bei ihm Bossbrecher? Nein, 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 nein. Ich brech ins Essen. Es hat gereicht. Ich werde nicht mehr in den Gehirn. Ich habe den Gehirn. Ich habe den Gehirn. Ich habe den Gehirn. Ich werde die Gehirn. So, da können wir ja Schnellreise machen. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Ähm, eigentlich... Fang. Der war doch direkt neben dem Schnellreisepunkt. Hm. Ihr Fortschritte bei der Untersuchung gemacht. Hm. Problem ist bereits gelöst. Äh, deine Leute sollten das laute Gebrüll zum letzten Mal gehört haben. Dampft, wie schnell ihr seid. Danke. Leider hatte ich bisher noch keine Zeit, Getränke zusammenzustellen. Nicht so schlimm, bitte. Beantwortete mir aber eine Frage. So viel weiß ich. War die Daim nicht immer so aggressiv? Dennoch hast du ihm weiterhin beigestanden. Warum war das so? Gute Frage. Es gab definitiv einen Teil von mir, der ihn zugeben wollte, da er immer extremer wurde. Aber vielleicht dachte auch ein Teil von mir, dass wenn ich hier bleibe, wir eines Tages vielleicht wieder Blödsinn treiben könnten. So wie früher. Also, bleibst du an seiner Seite in der Hoffnung, dass irgendwann wieder alles wie früher werden würde? So romantisch war es nicht. Ich konnte nicht einfach zurückziehen und so weitermachen. Ja, das verstehe ich. Ich finde zum Beispiel, dass man seine Beziehung pflegen sollte. Zumindest, das war immer möglich. Ich nehme an, du sprichst aus Erfahrung, was? Nicht, dass ich überrascht wäre. Die ganze Welt ist voller trauriger Geschichten. Trotzdem danke fürs Zuhören. Bevor du hierherkommst, schwamm ich im Selbstmitleid. Aber mit dir zu reden hat ein bisschen geholfen. Danke, dass du darauf eingegangen bist. Ich weiß, dass es manchmal einfacher ist, über solche Dinge mit einem Außenstehenden zu sprechen. Du trägst eine große Last, was? Komm irgendwann mal wieder. Ich sorge für die Getränke, damit wir wirklich reden können. Das würde mir sehr gefallen. Ich freue mich auf diesen Tag. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte. Ich möchte, dass du irgendwann mal die Dimes Mutter kennenlässt. Sie lebt in der Stadt. Wenn sie das Flammenschwert und seine Freunde sieht, freut sie sich bestimmt. Ich kann ihr nicht entgegentreten, nachdem ich die Dime so hängen ließ. Gut, wenn sich die Gelegenheit ergibt, statten wir ihren Besuch ab. 35 FP? Ah, da gab es irgendein Glückskatzen-Ding. Dicen-Ding. Dicen. Dicen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Aber was ist das für ein... Also es ist halt... So, haben wir. Wieder einmal müssen wir ins Gasthaus. Dann habe ich irgendwie noch mal Bock auf Operation Gottesanbeterin. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Ach, so viel Geld habe ich auch wieder nicht. Krank des Lebens, keine mehr, ne? Was wir dafür an Geld ausgeben, ist echt der Wahnsinn. Ich kann doch mal was verkaufen. Wir haben doch mal hier so ein Zeug. Oh ja. 64.500. Das bringt uns ein bisschen was. Irgendwas. Schafsfleisch. Dass das das ist, was der Koch will. Ich wollte es doch nicht verkaufen. Kaufen. Also haben wir Schafsfleisch noch gehabt. Sehr gut. Ich glaube, ich decke mich dann hier lieber mal noch ein bisschen ein. Maximal 15 oder was? Da kann ich mal wieder beruhigt schlafen. Und ich habe ein Fros schon mal jetzt. Wollen wir es kochen? Klar, komm, wir machen mal mit mehr Angriff. Erhöhter Angriff hier. Und dann gehen wir... Gehen wir vor Gottes Anbeterin. Wir müssen ja eh nach Ulzebeck. Von daher ist es jetzt nicht so blöd. Erstmal geht es in die Schlacht. Mein Kleinfreund. Zurück nach Ulzebeck. Ey, da freue ich mich. So, komm her, du Mistvieh. Ja, da speichere ich vorher mal. Komm, wir machen mal mit Speichern. Wegen den ganzen... Irgendwie den ganzen Sachen. So, komm. Ich muss aufs Behen. Zweichen. Wir sind ja schon wieder guter... Super los mit Lore. Wir haben genügend HP bei. Wir wissen, die Stiefel ist dann noch irgendwann los. Kern hat noch ein bisschen ausweichen, sehr gut. Zwei. Sehr gut. Kahnbrecher! Die ersten 50%. Ist sie wieder. Musik Auf Hate. Auch Shiite. �me Musik Jetzt gehen. Musik 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 Losstiefel müssen wir aufpassen. Hier wieder Kernbrecher. Der hat gesessen. Nicht sterben jetzt, oh verdammt nochmal. Heißt doch nicht diese Piss-Wespa an. Ich habe echt auf Ausweichen gedrückt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber wir packen sie jetzt endlich. Stoppen. Okay. Kernbrecher, warum funktioniert es nicht? Wir haben's, Leute. Endlich besiegt. Dieses miese Drecksviel. Endlich geschafft. Wir wollen ja eh nach Ulzebeck, ne? Können wir auch gleich den Auftrag zurückgeben? Oh, was für eine Genugturm. Endlich. Wir sehen uns wieder. Wie lief es mit dem riesigen Zeuge? Ja, wir haben ihn für die Verzeuge. Habt ihr verdammt? Ich fühle mich geehrt, den Mann zu treffen, der sich dieses Monster angenommen hat. Ich schätze, das ist nicht das erste Mal, dass du dich mit so etwas Riesigen anlegst, was? Aber ich habe das nicht allein geschafft. Wie auch immer. Hier sind deine gewünschten Materialien. Keine Sorge wegen denen. Ich bin nur froh, dass der Zeuge jetzt weg ist. Halt die Materialien einfach. Ich bin sicher, dass du sie besser nutzen wirst, als ich es je könnte. Sicher? Na gut, wenn du es sagst. Ja, sicher. Auf deinen Reisen wirst du sicher noch auf andere verrückte Zeuge treffen. Aber übernimm dich nicht. Vielleicht geben wir dir ein paar gute Materialien. Aber trotzdem hast du nur dein eines Leben. Er hat recht. Ich will nicht, dass du stirbst, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Ich weil. Wie auch immer. Ich lasse dich gehen. Oh, nett. Sei dir gewiss, dass ich jedem von deinen Heldentaten erzählen werde. 380 FP, das möchte auch sein. Och. Endlich diese Pisse erledigt, ey. Alter, kritischer Schaden. Sehr gut. Zierter Arc-Wirkungszeit während einer Kombo. Gut. Wenn wir so den Skid an und dann war es das schon wieder voll. Der Junge, Junge. Sehr gut. So ein bisschen Gewissensbisse, der gute Lore. Ja, wir machen dann hier einfach in der nächsten Ausgabe weiter. Back to the Roots in Urtzeback. Und da wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht ein paar Leute finden, die uns helfen wollen nach... Wie heißt es? Legis, Legis. So viele Ausgaben jetzt schon, ne? Und ich krieg immer nur den Namen hin, ey. Jetzt hier irgendwo... Legis, nicht Legis oder irgendwas? Legis. Mein Gott, mein Gott. Ihr Lieben, für heute war's das. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.